Ja, zwei neue Stimmen, die euch durch die VfB-Zeit begleiten wollen und ein bisschen informieren. Ich würde sagen, an erster Stelle stellen wir uns erstmal vor, oder? Das können wir gerne tun. Mein Name ist Philipp Meisel, Online-Redakteur der Stuttgarter Nachrichten und in seinem beruflichen Alltag quasi ausschließlich mit dem VfB am sich beschäftigen, wenn man so möchte. Und mein Name ist Christian Pavlitsch, ich bin ebenso Online-Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten. Ich bin auch für andere Themen zuständig, aber es ist doch auch viel Sport dabei und ganz, ganz viel der VfB Stuttgart, mit dem wir beide ja auch groß geworden sind und den wir intensiv und aufmerksam begleiten. Richtig, das schon seit einigen Jahren. Man kommt natürlich nicht einfach so zum VfB und wird Sportreporter. Man hat da natürlich schon eine gewisse Zuneigung zu dem Verein. So ist es auch bei uns beiden. Die ist begründet durch, bei mir zumindest, beim familiären Hintergrund. Mein Vater hat mich damals schon mitgenommen und bei dir, Chris, wird es nicht anders sein.